Musik Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur neuen Ausgabe des Regionalmagazins. Zuallererst jedoch, das ist bekannt an dieser Stelle, gibt es aktuelle Nachrichten aus der Region. Musik Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Eingeschränkter Fahrplan mit Busersatzverkehr auf der Linie RB110. Seit Freitag, dem 24. November, kommt es vorerst bis zum 31. Dezember auf der Linie RB110 Leipzig-Grimmer-Döbeln zu Fahrplananpassungen. Grund dafür ist die weiterhin angespannte Personallage, bedingt durch einen erhöhten Krankenstand. Ziel dieser Anpassung ist es, den Fahrgästen auf dieser Linie ein zuverlässiges und stabiles Angebot zu ermöglichen. Hierfür erhöht die Mitteldeutsche Regio-Bahn die Sitzplatzkapazitäten. Bis zum Jahresende verkehrt die Linie RB110 zwischen Leipzig und Grimmer im Stundentakt. Die wochentags halbstündigen Verstärkerleistungen, Abfahrt in Leipzig Hauptbahnhof zur Minute 36, sowie in Grimmer zur Minute 52, werden durch Busse ersetzt. Leitbild für das Museum Göschenhaus-Säume-Gedenkstätte Der Grimmerer Stadtrat beschloss am 23. November die Satzung des Museums und das geänderte Leitbild mit gleichzeitiger Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2024. Das Göschenhaus hat den Zweck, die Geschichte des Lebens und Wirkens zweier Persönlichkeiten um 1800, Georg Joachim Göschen und Johann Gottfried Säume, sowie deren Lebenswelt, aber auch die Verwurzelung in unserer Region darzustellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies soll den Besuchern in einen Bildungsprozess einbinden und seine Sichtweise zur Geschichte bzw. zur Buch- und Literaturgeschichte erweitern. Der gesellschaftliche und öffentlichkeitswirkende Beitrag des Göschenhauses für die Stadt Grimmer ist unverzichtbar und dient der kulturellen Identifikation. Das Göschenhaus ist Mitglied im Deutschen Museumsbund und des Sächsischen Museumsbundes. Zugleich arbeitet es mit der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen zusammen. Die Satzung regelt alle Belange der Museumsarbeit und ist zugleich Gebührenordnung, die über die Eintrittspreise und andere Gebühren Auskunft gibt. Das Leitbild vermittelt die Museumsarbeit nach außen und ist auf www.göschenhaus.de öffentlich zugänglich. Die letzte Satzungsüberarbeitung und das Leitbild stammen aus dem Jahr 2017. Durch die Gebührenerhöhung passt sich das Museum Göschenhaus-Säume-Gedenkstätte den Eintrittspreisen vergleichbarer sächsischer Museen an. Des Weiteren ist dieser Schritt auch durch die Haushaltskonsolidierung notwendig. Grimmers Oberbürgermeister Matthias Berger wurde am 1. Dezember im Kloster Nümschen als Spitzenkandidat der Freien Wähler Sachsen für die Landtagswahl 2024 präsentiert. Mittlerweile in seiner vierten Legislaturperiode als Oberbürgermeister will er zeigen, dass Politik auch langfristig gelingen kann, wenn sie ehrlich betrieben wird. Thomas Weidinger, Landesvorsitzender der Freien Wähler Sachsen, schätzt eben diese bürgernahe Kontinuität. Wir sind der Garant für Verbesserungen. Mit diesen Worten geht Grimmers Oberbürgermeister und Spitzenkandidat der Freien Wähler nun in den Diskurs in der kommenden Zeit. Weitere Informationen dazu folgen in der kommenden Woche. Grimmer Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger war zu Gast in Grimmer. Auf Einladung von Oberbürgermeister Matthias Berger ging es vor allem um den politischen Austausch. Zum Abend des 30. November lud der Verein Land schafft Verbindung Sachsen zur Diskussionsrunde. Wie fit sind Politiker beim Thema Landwirtschaft? Dieser Frage stellten sich Oberbürgermeister Matthias Berger und Bundes- und bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler Hubert Aiwanger im Rathaussaal vor knapp 60 Zuschauern und Beteiligten der Diskussion. Am darauf folgenden Tag ging der politische Austausch im Gewerbegebiet Grimmer Nord weiter. Vor allem die schnelle Erschließung des Gewerbegebietes sowie die Vision überzeugte den Chef der Freien Wähler. In der kommenden Woche folgt ein detaillierterer Bericht in unserem Programm. 10 sächsische Kommunen mit European Energy Award ausgezeichnet. Energiestadtssekretär Dr. Gerhard Lippold hat am 28. November 10 sächsische Kommunen mit dem European Energy Award, kurz EEA, ausgezeichnet. Darunter auch die Kommunen Markleberg und Wurzen, die ihr Zertifikat bestätigen konnten. Die Ehrung fand in Chemnitz im Rahmen einer Veranstaltung der sächsischen Energieagentur SAENA zum Austausch der EEA-Kommunen im Freistaat statt. Der European Energy Award ist ein europäisches Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem, das Kommunen dabei unterstützt, ihre Klimaschutzarbeit ganzheitlich zu organisieren. Dafür werden Stärken und Schwächen analysiert, sowie Potenziale zur Energieeinsparung, der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energien und kommunalen Einrichtungen identifiziert. In Sachsen nehmen momentan 23 Städte und Gemeinde am EEA teil. Fotowettbewerb Momente des Jubiläumsjahres in Nauenhof Im Rahmen des Festjahres und vor allem innerhalb der Festwoche in Nauenhof sind sicherlich auf unzähligen Handys und Fotoapparaten Mengen an Fotos entstanden, die früher oder später in der Schublade verschwinden. Damit das nicht passiert, wird es im Rückblick auf das Jubiläumsjahr am 31. Januar 2024 eine Ausstellungseröffnung im Rathaus geben, in der neben der Ausstellung zu Industriegeschichte auch eine Etage mit den schönsten Fotos des Festjahres präsentiert werden soll. Die Galeriekugel hat Platz für ca. 30 Aufnahmen, daher darf jeder Teilnehmer nur ein Foto einreichen. Eine Jury aus Mitgliedern des Festkomitees entscheidet über die auszustellenden Bilder. Alle eingereichten Fotos werden nach Kriterien wie Kreativität, technischer Qualität und Ausdruckskraft bewertet. Die drei schönsten Fotos werden am Öffnungstag durch die Gäste der Vernissage ermittelt und erhalten als Preis einen Gutschein für zwei Personen für eine Veranstaltung der Nauenhofer Kulturwerkstatt. Der Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Dezember 2023. Bitte senden Sie Ihre Fotos per E-Mail in der höchstmöglichen Auflösung mit dem Betreff Fotowettbewerb Momente des Jubiläumsjahres an startmarketing-at-nauenhof.de mit dem Namen und Kontaktdaten. Weihnachtlicher Lichterglanz, der Duft von gebrannten Mandeln, Lebkuchen und Glühwein. Grimma lädt vom 1. bis 17. Dezember wieder zum Fest der Sinne. Eine besondere magische Zeit bricht an. Erleben Sie ein tägliches Bühnenprogramm vor der historischen Kulisse des beeindruckenden Renaissance-Giebels des Grimmaer Rathauses und lassen Sie sich von regionalen Spezialitäten an den festlich geschmückten Ständen verführen. Liebe Deine Brille, behandle sie mit Würde und Respekt, denn sie ist ein Teil von Dir und setze sie zärtlich ab, wenn Du ins Bett gehst. Jetzt haben Sie gesehen, wo unsere tollen Brillen produziert werden. Mein Name ist Tim Findeisen und ich freue mich, Sie in unseren Geschäften in Nauenhof, in Großpösner oder in Leipzig-Wiederitsch zu begrüßen. Ihre Aufgabe ist es dann einfach, die schönste Brille für sich selbst zu finden. Ich helfe Ihnen gerne. Leider steht die Welt gerade etwas Kopf. Mit Liedern für den Frieden wollte man im Dom zu Wurzen ein Statement setzen und wir waren mit der Kamera dabei. Am vergangenen Montag trafen sich zahlreiche Gleichgesinnte im Dom zu Wurzen zur Veranstaltung Lieder für den Frieden. Aufgerufen hatte dazu ein Bündnis aus der Kirchgemeinde St. Wenceslei und der Friedensinitiative Frieden Wagen. Diese Initiative wurde vom ehemaligen Landrat Dr. Gerhard Gey aus Grimma sowie Joe Frank Böhme aus Leulitz als Verein gegründet. Sie haben ein ganz klares Statement mitgebracht. Ich denke schon, dass es an der Zeit ist, uns zu Wort zu melden, denn der Krieg in der Ukraine hat ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr zu verantworten ist. Es gibt so viele Tote, es gibt so viel Zerstörung und nach zwei Jahren muss man feststellen, dass dieser Krieg kein Ergebnis gebracht hat bisher, außer, dass sehr viele Menschen umgekommen sind, dass Infrastruktur zerstört wurde. Wir wollen heute ein deutliches Zeichen setzen, einmal innezuhalten, einfach innehalten, einen Stopp des Krieges zu versuchen herbeizuführen. In der Hinsicht appellieren wir an unsere Regierung, auch an den Bundestag und Friedensverhandlungen zu führen. So kann es nicht weitergehen. Wir hören jeden Abend im Fernsehen, dass Infrastruktur zerstört wurde, dass wieder eine Rakete in ein Haus geschlagen ist und dort zehn Leute umgekommen sind. Aber das ganze Ausmaß sieht ganz anders aus. Also im Grunde genommen ist das nur die halbe Wahrheit. Und dieser Krieg hat bisher so viele Opfer gefordert, dass wir jetzt endlich einmal ein Zeichen setzen müssen, um ein Ausstiegsszenario zu fordern. Wir wollen, dass der Krieg gestoppt wird und das verhandelt wird. Bisher hört man darüber überhaupt nichts. Und das ist unser Anliegen. Das wollen wir heute Abend mit Liedern, mit Antikriegsliedern, mit Friedensliedern verbinden. Weil Musik verbindet ja ohnehin. Das wissen wir, das kennen wir und wollen gemeinsam auch singen und mit diesen Liedern eben genau das ausdrücken, was wir wollen, nämlich ein Ende dieses Krieges. Der Andrang war groß, kaum ein Platz im Dom war mehr frei. Pfarrer Alexander Wiekowski zog in seiner Begrüßung Parallelen zur Friedensbewegung der 1980er Jahre. In den 80er Jahren war das Motto der Friedensbewegung in Ost und West. Schwärter zu Flugscharen, dessen Aufkleber sie auch am Ausgang mitnehmen können, dieser Vision des Jesaja entnommen. Sie hat Menschen ermutigt, friedlich auf die Straßen zu gehen, Nein zu sagen zu Aufrüstung und den damit verbundenen Risiken eines Atomkrieges. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde es ruhiger um die Friedensbewegung, da es zumindest in Europa friedlicher wurde. Bis zum 24. Februar letzten Jahres. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Musikalisch gestaltet wurde der Liederabend im Dom von zahlreichen Musikern aus Wurzen und Umgebung. Musikalisch gestaltet wurde der Liederabend im Dom von zahlreichen Musikern aus Wurzen und Umgebung. Musikallisch gestaltet wurde der Liederabend im Dom von zahlreichen Musikern aus Wurzen und Umgebung. Auch Dr. Guy griff selbst zur Gitarre und Mundharmonika. Er hatte extra für den Abend dem bekannten Friedenssong Eve of Destruction von Barry McGuire eigene deutsche Strophen hinzugefügt. Musik Die Geschichte hat uns schon immer gelehrt, mit Waffen und Krieg wird nur das Elend verwehrt. Hat man das denn vergessen, immer noch nichts gelernt, von den einstigen Werten sich schon wieder entfernt. Waffen in Kriegsgebieten ein totales Tabu, doch Politiker fordern heute nur immer zu. Aber glaubst du, dass die Welt damit besser wird, mein Freund? Oh, dann höre dir an, was die Älteren dir dazu erzählen. Ausdrücklich keine politische Veranstaltung sollte der Abend sein, sondern ein Weckruf für Frieden in der Ukraine, Israel und dem Gazastreifen, aber auch anderswo auf der Welt. Wir wollen diese Veranstaltung bewusst in einer Kirche durchführen heute, weil wir sozusagen die ehrwürdigen Mauern einer Kirche brauchen, weil sie schon eine friedvolle Atmosphäre ausstrahlen. Das wollen wir, diese friedvolle Atmosphäre brauchen wir und wir wollen einen neutralen Ort. Wir haben einen neutralen Ort gesucht. Wir wollen auch keine politische Instrumentalisierung. Wir bringen etwas aus unserem Inneren heraus, aus unserem Herzen und wollen auch das kommunizieren, was in breiten Teilen der Bevölkerung gang und gäbe ist oder was in der Bevölkerung diskutiert wird. Die Veranstaltung im Dom sollte als Auftakt verstanden werden. Ein Auftakt, dem sicher weitere Aktionen folgen, im Sinne des Friedens auf der Welt. Das Deutsche Jugendherbergswerk traf sich zu seiner 29. Mitgliederversammlung auf Schloss Koltitz. Zentrales Thema dabei war die Verabschiedung eines neuen Leitbildes. Aber auch Bilanz sollte gezogen werden. Und wie die ausfiel, das zeigt der nächste Beitrag. Am 11. November war die Jugendherberge Schloss Koltitz Gastgeber für die 29. Mitgliederversammlung des Deutschen Jugendherbergswerks Landesverband Sachsen. Als besondere Ehrengäste konnte Präsident Lars Rohr, die Präsidentin des DJH-Landesverbandes Baden-Württemberg, Dr. Susanne Pacher sowie die sächsische Staatsministerin für Tourismus und Kultur, Barbara Klepsch, begrüßen. Wir sind sehr dankbar, dass sie sich die Zeit nimmt. Gerade am 11.11., da könnte man ja auch was anderes machen. Aber sie kommt zu uns, weil sie mit ihren Leuten im Ministerium gerade eine neue Tourismusstrategie für den Freistaat Sachsen erarbeitet. Es geht um den Ganzjahrestourismus, dass wir aus den Saisonsituationen herauskommen, sondern ein ganzes Jahr lang immer in Sachsen Urlaub gemacht werden kann, Tourismus gelebt werden kann. Und das sind die Dinge, wo sie uns eng einbindet. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Sie sieht das Thema Jugendübernachtungsstätten. Da sind wir nicht alleine als Jugendherbergen. Da gibt es noch Schullandheime, christliche Heime und so weiter und so fort. Und das macht sie mit uns sehr eng in dieser Strategie. Und deswegen freuen wir uns, dass sie auch zu uns heute kommt. Die Staatsministerin hob die Bedeutung des Deutschen Jugendherbergswerkes, besonders in Sachsen, bei der jüngeren Zielgruppe hervor und bedankte sich für die Mitarbeit bei der Entwicklung des Ganzjahrestourismus. Selbst wenn der Tourismus jetzt wieder Fahrt aufgenommen hat und die Zahlen in den einzelnen Regionen zeigen das sehr, sehr deutlich, sogar teilweise bessere Zahlen als 2019, so weiß ich aber auch, dass ganz andere Aufgaben bei uns jetzt auf dem Tisch liegen. Arbeitskräfte, Digitalisierung, Thema Nachhaltigkeit. Also ich könnte ganz viel aufzählen. Und genau mit den Themen haben wir uns in den letzten Monaten bei unserem Masterplanprozess intensiv beschäftigt. Ganz intensiv. Danke nochmal an dieser Stelle, Frau Graf. Danke, dass Sie im Beirat mitarbeiten. Denn wir haben einen Prozess aufgesetzt, der eine ganz breite Beteiligung hat. Ein Beirat, der genau guckt, was machen die da im Ministerium, sind die auf dem richtigen Weg. Und Frau Graf ist nicht nur mit im Beirat und engagiert sich dort. Zentrales Thema der Mitgliederversammlung war die Verabschiedung des neuen Leitbildes des Verbandes in Sachsen. Es soll den im vergangenen Jahr gestarteten Erneuerungsprozess des Verbandes abrunden, heißt es aus dem Verband. Und natürlich gab die Mitgliederversammlung Anlass, vorläufig Bilanz zu ziehen, über die Entwicklung des aktuellen Jahres zu schauen und die Ziele für das nächste Jahr vorzustellen. Wir haben ordentlich Arbeit vor der Brust. Was wir damit sagen wollen, ist, wir müssen unsere Häuser durchgängig immer am Laufen halten, auch von der Technik her. Wir wissen alle, in der Gebäudewirtschaft wird viel diskutiert, wie heizen wir morgen. Auch das liegt vor uns. Dann will natürlich gerade junge Leute wollen, dass wir auch klimaneutral sind. Das heißt, das Thema erneuerbare Energien ist bei uns auch ein Thema, was völlig klar auf der Tagesordnung steht. Und all diese Dinge müssen ja abgearbeitet werden. So, jetzt war ich gerade beim Gebäude, das war jetzt das Personal. Wir brauchen gute Leute, mit denen wir gerne arbeiten, die auch mit uns gerne arbeiten. Wie stehen wir als Arbeitgeber da? Also das sind ganz vielfältige Dinge, die zu so einer Jugendherberge dazugehören. Neben den schönen Standorten, neben dem Erholungsfaktor, muss das alles ja zusammengehen. Und da gibt es keinen Streit, um es gleich vorwegzunehmen, sondern wirklich konstruktiven Austausch zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern. Rund 346.000 Übernachtungen und damit beinahe vor Corona-Niveau konnte der Landesverband 2022 verzeichnen. 365.000 Übernachtungen sollen es in diesem Jahr werden. Das Ergebnis will man zukünftig weiter ausbauen. Ebenfalls positiv ist die Mitgliederentwicklung im Verband. 2022 verzeichnete er einen Zuwachs von 3,9 Prozent. Das sind 3.000 Mitglieder mehr als im Vorjahr und insgesamt knapp 77.000. Zahlreiche Besucher nutzten den Tag der offenen Tür im Krankenhaus Wurzen. Viele interessante Einblicke konnte man gewinnen, welche wir Ihnen als nächstes im Beitrag auch nicht vorenthalten möchten. Eine Woche nach dem Krankenhaus Grimma öffnete letztes Wochenende nun auch das Krankenhaus in Wurzen seine Pforten zum Tag der offenen Tür am Samstag. Zahlreiche interessierte Besucher und Familien mit Kindern waren dazu gekommen und auch Vertreter der örtlichen und überregionalen Politik waren als Gäste dabei. Wir machen heute unsere Türen für Sie auf und freuen uns, wenn Sie in die kleinste Ritze und in den hintersten Winkel schauen, ob es bei uns sauber ist, ob es ordentlich ist. Und die Kolleginnen und Kollegen freuen sich wahnsinnig, Ihnen heute mal zu zeigen, was Sie eigentlich den ganzen Tag so machen, wie Sie arbeiten und dass Sie das ganz toll machen. Und wir haben ganz viele tolle Gäste, die ich alle herzlich gleichermaßen begrüße. Ich freue mich auch, dass Sie alle da sind, dass Sie mal bei uns ins Krankenhaus kommen, sich das anschauen. Unser schönes Gebäude, unsere Klinik, die hier wirklich viel leistet für die Region, für den Landkreis, denke ich, aus unfachchirurgischer Perspektive, werden wir sehr gut angenommen hier. Wir haben viele Patienten, wir haben viel zu tun. Wir versuchen das auch auf einem hohen Niveau, einer guten Qualität hier abzubilden. Ich denke, das gelingt uns in vielen Fällen auch und wir freuen uns, dass wir das jetzt mal auch der Bevölkerung näher bringen können, die jetzt eben vielleicht nicht gerade ein gebrochenes Bein hat, sondern gesund hier reinkommt, sich das anschaut und mit uns gemeinsam die Klinik erleben kann. Zum Start gab es Kaffee und Pfannkuchen. So gestärkt konnte der Rundgang durch das Krankenhaus in Wurzen losgehen. Auf mehreren Etagen hatte die Klinik einiges vorbereitet, um den Besuchern einen Einblick in den Klinikalltag zu geben. So stand im vierten Obergeschoss Chefärztin Dr. Med. Katrin Gröger, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Rede und Antwort. In der Station Kinder- und Jugendmedizin wurde ein Überwachungsgerät und ein Transportinkubator für die Kleinsten gezeigt und natürlich auch erklärt. Man kann sich das hier auch einstellen nach der Körpergröße, also wenn man so ein kurzer ist wie ich oder eben eine höhere Arbeitshöhe braucht. Man kann sozusagen, hier ist es genauso warm, man kann hier Sauerstoff einleiten, man kann das Baby beatmen, man kann die Haube hier hoch machen, wenn man an das Baby rankommen muss. Und dann öffnet sich hier oben auch gleich ein Strahler, wenn das Ganze oben ist, wenn man jetzt Ultraschall macht am Baby oder irgendwas, das einem nicht auskühlt. Außerdem wurde hier ein Venensuchgerät vorgeführt, was natürlich vor allem die kleinen Besucher faszinierend fanden. Zwei Etagen tiefer befindet sich unter anderem die geburtshilfliche Station und der Kreißsaal. Hier geht ohne Hebammen gar nichts. Die Besucher durften einen Blick in die verschiedenen Räume der Station werfen, darunter auch dorthin, wo die kleinen Babys das Licht der Welt erblicken. Dass eine Geburt eine schwere Strapaze für die Frauen ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Die in Wurzen mögliche Wassergeburt stellt aber nochmal hohe Anforderungen an die werdende Mutti. Wie kommt eine Hochschwanger von hier rein? Schwierig. Schwierig. Ich muss wirklich über die Treppe da einsteigen. Ja, das ist tatsächlich, finde ich auch, und die meisten Frauen fühlen sich dann nicht mehr in der Lage, da reinzusteigen in der Phase. Denn man kann jetzt hier nicht schon vier Stunden vorher reinsteigen, dann hat man Schwimmbäute. Ist auch nicht so, dass das jetzt jede Frau möchte, das muss ich mal sagen. Und ist aber eher vorrangig für mich zum Schwand oder so, als was ich gerade gedacht habe? Zum Einbinden, ja. Prozentual? Ach, vielleicht eine im Monat. Und der Robb ist es hier für? Zum Babys auf die Welt bringen. Hier kommt die auf die Welt. Meistens auch auf dem Bett. Das heißt aber nicht, dass man da auf dem Rücken drauf liegt, sondern viele bekommen ihre Kinder jetzt im Vierfüßlerstand. Weißt du, was das ist? Na, wie so ein Hund. Das ist eine ganz gute Gebärsposition. Aber dann auch auf dem Bett, weil das natürlich auch für uns, also wenn wir jetzt eine halbe Stunde hier auf dem Fußboden neben den Frauen knien müssen, das geht, wenn man 20 ist, aber dann nicht mehr. Das muss schon ein bisschen komfortabel sein. Und dann müsste sie ja auch später wieder ins Bett krabbeln für die Nachgeburtsphase, also das macht man schon alles auf dem Bett. Für die Kinder war ein Blick in die Physiotherapie im Untergeschoss empfehlenswert. Hier konnten sie sich unter dem Motto Bewegung macht Spaß einer kleinen Kindersportgruppe anschließen. Später war hier noch eine Anleitung für rückengerechte Bewegung geplant. Im Erdgeschoss hatte die Klinik für die Besucher im Warteraum der Radiologie einige interessante Vorträge vorbereitet, unter anderem zum Thema Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen mit Dr. Med. Klaus Michael Kirchhoff. Stress spielt eine Rolle, aber Sie haben gesehen, es war bloß die zweite Ordnung. Wenn Stress eine Rolle spielen würde, würden ja alle Leute, die viel arbeiten, eine Herzepaktik. So ist es nicht. Aber Sie sehen zum Beispiel hier von der DRK, innerhalb von zehn Jahren hatten sich die psychischen Erkrankungen in Erhebung verdoppelt. Also die Belastung spielt eine Rolle. Die Corona-Epidemie hat das nochmal ganz stark vergrößert. Die Reha-Klinik für psychische Erkrankungen sind voll. Und hier sehen Sie mal den Einfluss der sozialen Nebenstandards nach Bundesländern. Die meisten Herzinfarkte gibt es in Sachsen-Anhalt. Und die meisten Herzinfarkt-Tote gibt es in Sachsen-Anhalt. Aber Sie sehen, Sachsen ist Platz zwei. Gleich nebenan konnte ein Blick in die Endoskopie geworfen werden. Auch hier gab es Führungen durch die moderne Abteilung und Erklärungen zu Geräten und angewandten Methoden. Zahlreiche weitere interessante Stände gab es schließlich noch im Foyer. Hier konnten sich Kinder schminken lassen oder die Teddy- und Puppensprechstunde besuchen. Im Fokus standen auch die Handhygiene mit Tipps zur richtigen Händedesinfektion und Überprüfung mittels Blaulichtbox. Außerdem stand das Thema Schütteltrauma. Wie gefährlich ist das Schütteln von Babys im Mittelpunkt? Das heißt, das bedeutet jetzt das Klingen? Dass überall im Gehirn Hirnblutung entstehen können. 25 Prozent der Kinder sterben unmittelbar danach. 50 haben Langzeitschäden, geistliche Behinderung, Epilepsie oder Krampfanteile. Und 25 haben Glück. Auf das Glück würde ich mich jetzt nicht verlassen. Aber es gehört halt wirklich nicht viel dazu. Bis 15 Uhr hatte das Krankenhaus seine Pforten für Besucher geöffnet und das neben dem regulären Betrieb der Klinik. Respekt für dieses Engagement und die perfekte Organisation durch das Personal im Interesse der Gesundheit und natürlich auch ein starkes Statement zum Erhalt der Muldental Klinik am Standort Wurzen. Landrat Henrik Reichen informierte in seinem Format im Landkreis Unterwegs zum Thema Bioökonomie. Dabei steht im Raum, ob ein Kompetenzzentrum eröffnet werden soll. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu unserer Folge im Landkreis Leipzig Unterwegs. Heute sind wir unterwegs in Neukiric, hier im Festsaal der Gemeindeverwaltung mit dem Thema Bioökonomie im Landkreis. Welche Chancen bietet das für die Landwirtschaft, welche Chancen bietet das für die Kommunen, welche für die Wirtschaft und für die Unternehmen? Der Ansatz der Bioökonomie ist vielleicht ein bisschen einfacher umschrieben, weg von linearen Wertschöpfungsketten. Man kann es beim Strom gut deutlich machen. Neben Neukiric wird aktuell noch sehr viel Kohle aus dem Tagebau gegraben, im Kraftwerk verbrannt, zu Strom erzeugt. Und dann ist die Wertschöpfungskette im Grunde genommen für den Part am Ende. Kreislaufwirtschaft ist der Ansatz der Bioökonomie. Das heißt nicht mehr linear fördern, erzeugen, verwerten, sondern die Wirtschaft im Kreislauf führen, auch die Rohstoffe im Kreislauf zu führen. Und Produkte, die schon einmal verwendet wurden, wieder zu verwenden. Das Ziel ist, Stoffkreisläufe zu schließen. Wertstoffe, die normalerweise vielleicht einer Entsorgung zugeführt werden, wieder einen Sinn und Zweck zuzuführen, zu geben, um daraus einen Nutzen für den Menschen, für die Umwelt zu erlangen. Gemeinsam mit der WV haben wir seit 2021 eine Strategie, ein Zentrum wollen wir aufbauen, Bioökonomie entlang der Wertschöpfungsketten die Kreislaufwirtschaft zu beleben, beziehungsweise dort Projekte, die ganz konkret auch umgesetzt werden können, aufzubauen. Da haben wir gute, spannende Ansätze im Landkreis Leipzig. Das Unternehmen Made by Made in PEGAU ist beispielsweise eins, gibt aber auch eine ganze Reihe anderer Unternehmen. Die WEV als kreisliches Unternehmen betrifft die Rohstoffverwertung im Bereich unseres Abfalls und sortiert sehr gut, was dort wiederverwertet werden kann. Holz, Metall und natürlich auch die Biogenabfälle. Hinter uns sehen Sie unsere Kompostenergieanlage, die seit 2022 hier am Standort in Betrieb ist. Dort wird der Bioabfall vom Landkreis Leipzig und von der Stadt Leipzig verarbeitet zu Kompost und zu Biogas. Das Biogas wird verwertet in zwei neuen Blockheizkraftwerken, die hier errichtet worden sind, zu einmal zu Strom und dann zu Wärme. Und der Kompost, bevor er sozusagen fertig ist, muss nochmal abgesiebt werden. Und bei dieser Absiebung fallen Siebüberläufe an. Und diese Siebüberläufe haben wir soweit aufgearbeitet, dass wir eine sehr saubere Holzfraktion haben. Und diese Holzfraktion wird dann pyrolysiert, also in einen Pyrolysereaktor zugegeben. Man erhält Pflanzenkohle, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Und man hat noch ein Pyrolysegas, was als Ersatz zum Erdgas fungieren kann. Die Pflanzenkohle hat einen großen Vorteil. Sie kann CO2 speichern, gibt dieses CO2 nicht wieder ab, hat gewisse Vorteile auch im Boden an sich, liefert Nährstoffe, Mineralien und verbessert den Wasserraushalt. Ich nehme mit, dass es zu diesem Thema auch in unserem Landkreis ganz viele Projekte gibt. Es gibt viele Akteure, die in unterschiedlichen Themen unterwegs sind. Das nennen wir mal die LAV mit dem Klärschlamm. Wir haben heute Herrn Hempel mit Weimed da gehabt. Wir haben Herrn Wagner da gehabt von Wasgut Karnitz, die also zu dem Thema unterschiedlich aktiv sind, auch unterschiedlich weit sind, unterschiedlich forschen können. Und wir sind eigentlich in unserem Ding bestärkt worden, dass wir hier die Vernetzung aufbauen, dass wir sie verstetigen und dass wir gemeinsam das Thema Bioökonomie als ein Teil auch zum Strukturwandel, muss man auch sagen, weiter verfolgen können. Wir schauen uns genau an, welche Möglichkeiten können wir als Landkreis mit unserer Wirtschaftsförderung dazu beitragen, diese Ansätze zusammenzubringen und mit denen auch in der Region gut vorhandenen wissenschaftlichen Einrichtungen verknüpfen. Es gibt das Deutsche Biomasseforschungszentrum in Leipzig, es gibt Hochschulen in der Region, die Kompetenz haben. Und die Frage, wie wir sie für unsere Unternehmen erschließbar machen, soll auch eines der heutigen Themen sein. Wir als Praxispartner hier sind sozusagen der erste Baustein für dieses Bioökonomie-Kompetenzzentrum, in dem wir direkt hier schon Technologie angewandt haben, zu Versuchszwecken, um einen Stoff aufzuarbeiten, soweit zu reinigen und dann in einer Anlage zu verarbeiten. Wir können natürlich hier vor Ort unsere Technik nutzen. Wir haben hier zum Beispiel Anlagentechnik zur Aufbereitung von Stoffströmen, wir haben ein eigenes Labor, wir haben Maschinen hier, die wir nutzen können und das ist natürlich ein großer Vorteil. Der Unternehmervorbein Sachsen hatte zum Erfahrungsaustausch nach Nahenhof eingeladen. Fragen zur Gewinnung von Fachkräften, Aus- und Weiterbildung, aber auch Digitalisierung standen auf der Agenda. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, der Universität Leipzig sowie interessierte Bürger trafen sich am 15. November im dafür fast schon zu kleinen Bürgersaal im Stadtgut Nahenhof zu einer Veranstaltung mit dem Namen Wissens- und Fachkräftetransfer aus den Hochschulen in den ländlichen Raum. Geladen hatte der Unternehmerverband Sachsen mit Unterstützung des Landkreises Leipzig, der hier die zweite Abendveranstaltung dieser Art durchführte. Der erste Teil ist zum ländlichen Raum, was den Unternehmerverband, besonders in diesem Jahr bei seiner Klausur im Januar, das Thema Bildung, Gesellschaft, Leistungsbereitschaft, gesellschaftliches Miteinander, was wir uns sehr auf die Fahne geschrieben haben, was wir jetzt auch mit der zweiten Veranstaltung thematisieren wollen, nicht um zu meckern, sondern um eben wirklich Verständnis voneinander zu bekommen, für Notwendigkeiten, für Zustände. Wir waren in Dresden vor, zwei Wochen etwa, hatten doch mit Herrn Kieberts eine spannende Runde und ich bin zum Beispiel heute auch sehr gespannt, das Thema duale Ausbildung hat Herr Kieberts. Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Frage, wie es gelingt, Fachkräfte und Wissen in den ländlichen Raum zu transferieren. Ein Ansatz und voll im Trend sind dabei sicherlich Coworking Spaces, wie sie im Moment auch hier in der Region an vielen Orten entstehen. So werden in Röcknitz im ehemaligen Pferdestall solche temporären Arbeitsplätze vorgesehen und auch bei den Plänen zum Ausbau der ehemaligen Papierfabrik Golzern wird mit Coworking Spaces geplant. Die Universität Leipzig geht sogar noch weiter und unterstützt mit Wissen und eigener Präsenz solche Projekte. Beispielsweise bei den erst kürzlich eingeweihten Coworking Spaces in Allenburg. Hier stehen zehn Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Außergewöhnliche ist aber die Präsenz der Uni Leipzig vor Ort. Da haben wir jetzt 16, 17 Jahre, eine ganze Menge Know-how. Wir haben über 600 Gründungen aus der Universität Leipzig in den letzten 16 Jahren. Und das wollen wir mit hierher bringen und sie dabei auch mit unterstützen, dass die Akteure, die sich hier dann im Coworking Spaces als kleine Gründungsprojekte ansiedeln, dass wir sie weiterentwickeln können, dass wir sie groß machen können. Was wir aber auch wichtig finden, ist, dass für uns dieser Ort auch ein Innovationsort ist. Also neben dem Gründungsort auch ein Innovationsort. Denn wir möchten als Universität Leipzig auch unsere Ressourcen, die wir haben, das sind vor allen Dingen junge Menschen, die bei uns studieren, nutzen, um mit Unternehmen, mit Organisationen hier in Allenburg Projekte zu machen. Also wir nutzen da einen Begriff, wir nennen das so neudeutsch Service Learning. Also das Lernen an konkreten Projekten, an Praxisprojekten, wird immer, immer wichtiger für uns. Und da brauchen wir natürlich Projekte aus der Praxis. In Nauenhof gab es für solche oder ähnliche Projekte eine Finanzspritze vom Unternehmerverband Sachsen e.V. Und wir wollen als Unternehmerverband ganz herzlich Danke sagen und gleich am Anfang der Veranstaltung unseren Dank mit diesem Check an den Förderverein der HTWK über 2.000 Euro vom Unternehmerverband und für diese super Zusammenarbeit auch, damit es die Hochschule... Herr Dr. Ruhe, danke, Fässer Schneider. Also vielen Dank, machen Sie damit, was Sie wollen. Das wollen wir Ihnen jetzt nicht noch ins Stamm hochschreiben. Landrat Henry Greichen spannte in seiner Eröffnungsrede den Bogen von der letzten zu dieser Veranstaltung. Wir hatten im ersten Jahr eine, nach Meinung dafür halt, eine sehr spannende, gut besuchte Veranstaltung in einem ganz anderen Räumen, das war ein Schloss, im Schloss in Belantes. Und haben uns im Frühjahr 2022 mit der Frage beschäftigt, was bringt das Osterpaket aus dem BMWK, aus dem Hause Habeck, für den Ausbau von erneuerbaren Energien, welche Wirkung hat das für die Unternehmerschaft und vor allen Dingen auch für die Kommunen im Lande. Und aus der Erfahrung dieser Veranstaltung und dem, was uns in der Folge fast im Monatstag auch in der Verwaltung beschäftigt, ist, dass wir spüren, dass die Unternehmen sehr wohl für ihre eigene Energiebilanz sich mit dem Thema beschäftigen und überall, wo es geht, danach fragen, wo eine Kommune Flächen zur Verfügung stellen kann für PV-Anlagen oder für Windkraftanlagen, um in der eigenen Energiebilanz der Unternehmen das für ihre Bilanzierung, aber auch für ihren Durchschnittspreis für die Stromerzeugung zu nutzen. Insofern war das ein guter Auftakt für das Thema erneuerbare Chancen und Risiken. Und es war natürlich auch, und so verstehe ich die heutige Veranstaltung, auch ein Stück weit der Ansatz, so können wir noch manchmal aus unternehmerischer Sicht geschauten, sperrigen, bürokratischen, öffentlichen Verwaltungen auch mal zu sagen, welche Dinge sind aus unserer Sicht einzuhalten, um auch ihre Vorhaben rechtssicher zu gestalten. Genauso war es für uns als öffentliche Verwaltung natürlich auch wichtig zu wissen, welche Strategie hat welches Unternehmen und wo kann man ganz speziell dabei unterstützen. An diesem Abend galt es, Fragen zur Gewinnung von Fachkräften zu beantworten, aber auch Themen wie gute Aus- und Weiterbildung sowie die Digitalisierung der Wirtschaft standen auf der Agenda. Aber natürlich gab es neben einer Podiumsdiskussion und einzelnen Vorträgen vor allem genügend Gelegenheit für die zahlreichen Gäste, untereinander ins Gespräch zu kommen und vom aktiven Austausch zu profitieren. Die neuen Medien sind aus der täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Um mit den Bürgern auch auf anderen Wegen ins Gespräch zu kommen und um diese noch mehr einzubeziehen, stellt sich Krümmers Oberbürgermeister Matthias Berger jeden ersten Dienstag im Monat 17.30 Uhr in der Online-Bürgersprechstunde den Fragen der Zuschauer. Zu sehen live auf Facebook oder im Nachgang auf www.muldenthal-tv.de sowie auf YouTube. Schicken Sie uns Ihre Frage gerne im Vorfeld an bürgerdialog.muldenthal.tv. Die Antwort gibt es in der Sprechstunde. Auch in der Weihnachtszeit ist Zeit für mediterranen Hochgenuss im Restaurant Olympia Grimma. Planen Sie Ihre Feiern, ob für die Firma oder privat oder die gemütliche Zeit in Familie oder mit Freunden. Wir beraten und unterstützen Sie gern. Buffet, à la carte und individuelle Wünsche bis hin zu Live-Musik sprechen Sie uns gerne an und wir bieten Ihnen einen Genuss für alle Sinne. Das Team vom Restaurant Olympia Grimma wünscht eine genussvolle Weihnachtszeit. Ob von der Lichterkette bis zum aufblasbaren Schneemann, von der Weihnachtskugel bis zum Tannenbaum, von der Räucherkerze bis zur Pyramide. All das und vieles mehr bietet Ihnen Ihr Obi-Baumarkt in Grimma. Wir bescheren Ihnen ein Einkaufserlebnis mit ganz viel weihnachtlichem Flair für Ihr Zuhause. Besuchen Sie uns in der Hengsbergstraße 2 in Grimma. Ging das zu schnell? Ich habe mich richtig zu schaffen gemacht. Ein guter Freund hat mir dann Rosaxan empfohlen. Das hat richtig gut geholfen. Und jetzt kann ich wieder kraftvoll paddeln und die Natur genießen. Viele Momente im Leben wurden oft über Jahrzehnte liebevoll auf Videos oder Schmalfilmen aufgenommen. Doch all das kann irgendwann einmal unwiederbringlich verloren gehen. Sichern Sie sich daher jetzt Ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen für die Zukunft und lassen Sie sich Ihr Videomaterial digitalisieren. Egal ob VHS, Mini-DV, DV, Hi8 oder Super8-Kassetten, einfach bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma abgeben und bei der nächsten Familienfeier gemeinsam mit Freunden und Familie die alten Erinnerungen auf DVD anschauen. Auch in diesem Jahr ist unser Lebkuchenmann wieder unterwegs. In zwei Geschäften war er in seiner ersten Runde in Grimma. Welche sind es? Bis zum Freitag, den 8.12. haben Sie jetzt Zeit, uns Ihre Lösung einzusenden, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zum Thema Zeit und Vornehmen der Zeit gibt es in der Rathausgalerie in Grimma eine neue Ausstellung. Gestaltet hat sie Petra Natascha Mehler. Und wir haben die nächsten Bilder für Sie dabei. Menage à Trois, Kairos, Kronos und ich ist das Thema der Ausstellung von Petra Natascha Mehler, die seit dem 18. November in der Rathausgalerie in Grimma zu sehen ist. Zu sehen sind hier Druckgrafiken und Skulpturen, die sich mit der persönlichen Wahrnehmung von Zeit auseinandersetzen. Dafür stehen Kairos und Kronos und die Beziehung der Künstlerin zu ihnen. Ich arbeite hier nicht über diese zwei Personen, sondern mit ihnen. Kairos und Kronos sind sozusagen eine Dreierbeziehung. Kronos steht für die Vergangenheit und für die Zukunft, für die chronologische Zeit. Und Kairos ist dieser wunderbare, glückliche Moment, der so ganz kurz und flüchtig ist. Und in diesem Spannungsverhältnis, das interessiert mich, dieses Spannungsverhältnis, wie arbeitet man, wenn man viel Zeit hat und wenn man in der Vergangenheit lebt und an die Zukunft denkt oder wenn man sozusagen mit diesem Augenblick arbeitet. Oder ist es sogar möglich, in den besten Momenten mit allen dreien zusammen zu sein. Zeit, ein Grundthema jedes Menschen, da jeder nur begrenzt davon hat. Sie spielt auch im kreativen Arbeitsprozess von Petra Natascha Mehler eine entscheidende Rolle. Die Ideen da stehen, entstehen ja meistens plötzlich. Das ist jetzt nicht so etwas, was ich mir erarbeiten muss oder so, sondern die Idee ist da. Aber die Umsetzung, dass eine Idee diesem Bild entspricht, welches man im Kopf hat, ich finde, das ist die Arbeit daran. Jedes Werk braucht seine Zeit. An manchen Werken arbeite ich schon wirklich sehr lange, bis sie fertig sind. Einfach viel Korrekturen zwischendurch, weil sie nicht dem entsprechen, was ich mir vorgestellt habe oder wie ich denke, dass sie zum Ausdruck kommen müssen. Und manche gelingen mir einfach spontan. Und so reflektieren die Werke der Ausstellung Ménage à Trois, Kairos, Kronos und ich, die Gedanken der Künstlerin, aber auch den Schaffensprozess. Ist das spannungsvoll, was da entsteht oder ist es nach einer gewissen Zeit irrelevant, was ich da gemacht habe? Nur ein Augenblick, der keine Relevanz hat, auch für meine Kunst nicht, für meinen Ausdruck nicht, für meine Formen nicht. Oder eben, ob etwas entstanden ist, wo ich auch später, wenn ich drauf schaue, sage, ja, ich weiß sozusagen, dieses Verhältnis zu dieser Form ist immer noch spannungsvoll. Die ist immer noch interessant. Vielleicht kann man es eher so ausdrücken. Sie ist interessant und hat verschiedene Interpretationsebenen. Das ist mir immer wichtig. Meine ist ja die eine Interpretationsebene. Wenn hier mein Ausstellungsteam kommt, die haben einen ganz anderen Blick auf meine Arbeiten, inszenieren die auch anders, als ich das tun würde. Ich lasse mich da gerne von Ihnen beraten. Und die Arbeit hier eigentlich mit meinem Aufbauteam und mit dem Arbeiten, das ist das wirklich Interessante an der ganzen Arbeit jetzt hier in der Galerie. Petra Natascha Mähler studierte an der Burg Giebichensteinhalle im Fachbereich Bildteppiche. Sie lebt in Leipzig, wo sie seit 2018 die Siebdruckwerkstatt der Hochschule für Grafik und Buchkunst leitet. Meine große Vision sind Siebdrucke, weil ich die Technik eben sehr mag, diesen technischen Ablauf sehr mag. Und diese Technik hat so etwas Ja und Nein gibt es dann immer. Es gibt da kein Dazwischen, sondern ich lasse eine Form entstehen. Und wenn ich die drucke, dann ist die auch wirklich vollständig da. Das heißt, ich muss dann immer auf diese Form reagieren. Ich mag diesen Prozess, den das auslöst. Ich würde es vielleicht sogar als Malerei bezeichnen, was dabei rauskommt. Das sind meist Unikate, die ich herstelle, weil ich immer auf diesen Prozess eingehe, der entstanden ist und entwickle daraus dann die neuen Formen. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Januar 2024 in der Rathausgalerie in Grimma zu sehen. Es war bereits der 27. Sparkassen-Cup, welcher in der Schwimmhalle Grimma ausgetragen wurde. 166 Schwimmerinnen und Schwimmer waren angetreten, um in 19 Wettkämpfen den oder die Siegerin zu ermitteln. Er war der Star und sie brauchten ihn an diesem Samstag in Grimmas Schwimmhalle. Denn der November ist der Monat, in dem befreundete Vereine dem Ruf der Schwimmabteilung des SV 1919 Grimma folgen, um dann gemeinsam beim Sparkassen-Cup die Sieger zu suchen. Nun schon zum 27. Mal wurde dieser von Abteilungsleiter Martin Birnbaum und seinem Team ausgerichtet. Altbekannte wie die Schwimmer von Lok Leipzig-Mitte, den Dresdner Delfinen, dem SV Handwerk aus Leipzig, dem Schwimmverein Miltitz, dem Schwimmteam von Automation Leipzig, SV Schneeberg und dem Schwimmteam Erzgebirge geben sich schon seit Jahren die Klinke förmlich beim Gastgeber SV 1919 in die Hand. Ab und an können die Grimma-Verantwortlichen auch neue Schwimmteams am Wettkampfort begrüßen. So wurde dieses Jahr eine Anfrage vom PSV Peene-Robben aus Anklam an das Organisationsteam herangetragen, welches dann auch positiv beantwortet wurde. So konnten hier 13 Aktive, welche dann 52 Mal an den Start gingen, in Grimma begrüßt werden. Ab 9 Uhr schickten die Starter die 166 angetretenen Schwimmer in 19 Wettkämpfen mit den Schwimmstilen Brust-, Rücken-, Freistil- und Schmetterling über 100 und 200 Meter ins Wasser. Mit einem Auge schaute Sprecher Martin Birnbaum immer wieder auf die Liste der bisher erreichten Veranstaltungsrekorde. Diese konnten in den letzten Jahren dann doch des Öfteren geknackt werden. Auch im Jahr 2023 sollte dies gleich viermal geschehen. Zum Beispiel hat im Jahr 2019 Paul Engel von den Dresdner Delfinen hier auf Bahn 4 schwimmend bei den 200 Meter Lagen mit 2 Minuten 10,21 Sekunden den Rekord nach unten geschraubt und in diesem Jahr verbesserte der Grimmaer Karl von Thun dies auf 2 Minuten 7,93 Sekunden. Das war aber nun nicht nur ein neuer Veranstaltungsrekord, denn zur gleichen Zeit stellte er mit dieser Zeit auch einen neuen Kreisrekord des Landkreises Leipzig auf. Auch in den seit 2006 bestehenden 100 Meter Brustrekord und den über 200 Meter Brust konnte sich Karl in die neue Rekordliste einschreiben. Angefeuert von den eigenen Teammitgliedern gaben von den kleinsten bis zu den größten Startern alle ihr Bestes. Gespannt schauten dabei alle auf ihre Zeit. Ob an der großen Ergebnisleinwand oder aber im Austausch mit den Trainern, Lob und kritische Worte mussten sie sich dabei anhören. Während sich die einen auf ihren großen Start vorbereiteten, leisteten auch die Muttis im Catering-Bereich Großes. Aber nicht nur sie, auch alle Kampfrichter, angefangen von den Startern, den Wenderichtern, den Zielrichtern und den Zeitnehmern. Auch für sie galt es an diesem Tag voll auf dem Posten zu sein, denn ohne sie läuft halt kein einziger Wettkampf. Nachdem alle Einzelwettkämpfe abgeschlossen waren, standen noch die Staffeln auf dem Protokoll. Fünf Mannschaften mit acht Startern stellten sich der Herausforderung. Hier wurde es nochmal echt laut. Am Ende dieser Staffel sollte die erste Mannschaft der Dresdner Delfine die schnellsten Schwimmer haben. Ihnen folgten die Schwimmer des SV 1919 Grimma und die zweite Vertretung der Dresdner Delfine auf den Plätzen. Zur großen Siegerehrung, welche von der Filialbereichsleiterin der Sparkasse Muldental, Juliane Jansson, und der Auszubildenden Alina Rost vorgenommen wurden, sah man viele strahlende Gesichter. Den Wanderpokal sicherten sich mit 112 Punkten am Ende die Schwimmer der Dresdner Delfine. Zwölf Punkte weniger erschwamm sich der SV 1919 Grimma und das Schwimmteam Erzgebirge sicherte sich mit 84 Punkten Platz 3. Nach über sechs Stunden hartem Wettkampf zog dann recht schnell wieder Ruhe in Grimmas Schwimmhalle ein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vor allem einen ruhigen und friedlichen ersten Advent. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Arbeitsplatte Ausücatan Untertitelung des ZDF, 2020